Hey Mixing Friends und willkommen zu einer neuen Folge Mixed Island Jumpers. Heute machen wir einen Terror Run, wie beim letzten Mal angekündigt. Oh, Restless Isles, direkt schon hier gestartet. Ja, ja, das ist schon mal super. Mit zwölf Terror. Oh, mal schauen, was auf uns zukommt. Oh, hier kommt schon die Wüste. Erster Anzeichen. Das war ein Secret, perfekt. Ja, das gibt hier Score. Ja. Oh. Terror. Ach, Terror. Gut, Fagis, willst du so wie ich es überhaupt habe? Willst du es noch schwerer machen? Äh, das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ähm, sehen wir dann. Du wesselst dir jetzt von Biom zu Biom. Oh, ja. Okay, wieder Terror gesammelt, perfekt. Ja, zwar, es gibt ja auch Secrets, ne? Also, es gibt ja auch Score. Von dem her, macht es vielleicht schon Sinn? Hm. Also, hier, äh, Frozen Hope. Pff, ist schon ein bisschen kalt hier. Aber es geht noch. Beim, beim Live-Gag was schlimmer. Ja. Ja, da hast du dir auch dir selbst, äh, das Bein gestillt. Genau. Oh, oh, hier, Alter. Alles voll mit Terror. Oh. Oh, shit. Komm. Alter, scheiß. Die wandern, Mann. Heilige Scheiße. Huh. Okay, Kreator's Rim. Okay. Alter. Ja, da war der erste Assault schon. Das ist, äh, 18 Terror haben wir. Oh, shit. Okay, komm. Eisberge im Kreator's Rim. Das ist ja mal schön. Das ist ja interessant, Alter. Oh, shit. Du hast ein bisschen... Oh, shit. Oh. Oh, was? Ich hab nur noch ein Herz? Ja, woher hast du viel kassiert? Ja, eben. Frag ich mich das auch grad. Vor allem, wieso krieg ich keine Hitze? Ja, weil du grad, äh, neben dem Frozen Hope bist. Oha. Alter. Ah. Okay. Ähm. Ich glaube, das ist einer deiner besten Runs bis jetzt. Oha? Alter, nein. Nein, nein, nein. Hör auf, zu ehrlich, das zu sagen. Nein. Alter, der Assault. Okay. 947. Alter, Schwede. Nein, nein. Doch nicht in dem. Oh, murky details. Das ist das Schlimmste hier, glaub ich. Oh. Zum Glück ist das noch am Anfang. Du hast schon 13 Terror? What? was ist denn gesammelt hast du überhaupt aufgepasst ja schon wieder das das mag ich gar nicht das kreativ das ist einer der schwierigen so ich bringe so wenig kommt dass ich mir toll okay fahren wir mal ein bisschen mit dem ventilator ja mit dem ventilator also sie heißen oft also ich habe sie fans genannt aber ventilator finde ich gut so ich glaube ich muss ein bisschen geduldig sein ja auf die wispers warten ja ja wo ich nun hier das ventilator hier stellt hier sieht gut sehr schön man stehen bleibt nicht schwer ich muss es wieder ein bisschen hochhalten hier ja hier auch die gegner nicht super ich frage mich immer noch woher ich letztes mal die 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 dinge verloren habe meine herzen ich weiß nicht inkompetenz ja weil also hast du es mitbekommen weil ich weil ich hatte eigentlich drei und da war plötzlich nur noch eins da irgendwie ja wir können sie danach schauen ja ja warum kommt schon wieder das kreativ das stimmt bei mir auch hast du irgendwie das hochgeschaltet nein eigentlich nicht dass ich wüsste und du hast einfach gedacht dass ich anfangen und wegen dem schon ja genau 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 ich sehe doch nicht die azules hauen schon rein einfach so irgendwie zehn mobs oder so weiter ja da kommt ja da kann ich natürlich schaden hier der lightning storm ja ich kann hier nicht sehen nix oh da eieieiei 6 8 6 aber schon wieder kreativ ripp okay krass ne ist halt echt immer das oh shit das ist oh komm schon kühl mich kühl mich bruder oh gut oh murky detains gut oh das ist ein ton ja kreativ alter was lol okay komm schon kommen wir lausig voran murky detains oh das war knapp das war knapp das war ich sehr gewagt da leuchtet was rufen willst du ein bisschen terror sammeln ja komm let's go let's go alter ich hole mir die krassesten des souls hier in der geschichte von mix island ja ja ne von ganz mix island ja okay ich glaube da zappen wir nicht oh komm let's go let's go oh geil secrets und ding warum hast du überhaupt schon warum hast du jetzt den hart container oh ja vom anfang alter ah eieieiei im murky detains in den souls kriegen ey holy demoly ach du hast ja reden mit dir ist immer alles schön viel ruhiger alter im moment ist grad ziemlich gut oh happy blazer geil das ist ein terror happy blazer das ist eine terror wespe ah was sehr schön ja jetzt habt ihr sie persönlich kennengelernt so aber ich kann endlich wieder normal springen ne so komm schon oh secret oh wisst mal oh ich hab noch ein secret gekriegt ah oh was ist gerade mal da oh aber das gott sieht gut aus 18 terror na wa alter ey wie ey wie geht das man als ob ja die kommen halt auf dich zu und wenn sie dich berühren dann wird das schaden nein ich bin da ich hab mich auf den kran gestoßen alter ja ja ah ja ja ich kann es gehen ah ja ja oh komm schon das herz oh ja oh schlecht wird wieder alles oh okay komm schon oh da hast du gerade noch glück gehabt oh alter ich hab extrem krass glück gehabt man oh aber 23 terror oh mein gosh oh siehst du eigentlich wie ich gerade schwitze alter du du kriegst auch so viele herzen geschenkt ich hab hab ich überhaupt eins bekommen keine ahnung man aber ich nein oh okay aber 1 2 3 5 oh okay so jetzt muss ich wieder war eine gute runde oh okay schön wer kriegt da jetzt die herzen geschenkt ne da oben schön alter was okay warte gehen wir haben mal da oh man ey der glückspilz hier ja warum fällt der jetzt da durch oh oh okay schön schön ein bisschen aufwärmen hier am feuer okay alter was oh ja schön alter jetzt hast du von jedem herz 1 gekriegt man ja muss halt gleichberechtigt ei ei ich hoffe ich hoffe du kriegst das ist richtig krasse solzmann ja krieg ich sicher mit wieviel terror ich seh es nicht wegen der zweite äh 15 oder so wie das ich seh es auch nicht ist es ja okay irgendwie bin ich erst mal bei 100 jetzt das ging irgendwie sehr boah ich weiß nicht wirklich ich meine es geht es geht immer schneller um zu höher man ist aber es wirkt nach so wenig ja momentan kann schon hier sammeln mal ein bisschen mehr so wespen auf die habe ich keine Lust ja da kommen sie ja da kommen sie ja okay aber wenn man eine gute situation ist dann kann man oh nein radiant alter ich hatte glaube ich letztes mal gar kein wetter kann ja du hast du ich bin ich bin immer der mit den wettern hat krass du kriegst du so ich höre was ich höre auch was ich höre auch was was war das äh oh nein ich sehe die insel nicht ich sehe sie nicht hier irgendwo oha secrets sehr schön da kriegen wir ein bisschen pünktchen oh nimmst den terror oh nimmst den terror mit jetzt bist du bei 20 wie viel hast du 23 hatte ich sicher mal ich weiß nicht ob es am schluss noch mehr geworden ist ja schön oh nochmal der suld alter ja da gehe ich aber einfach runter rum das ist schön war das jetzt ein happy place aber suld ja ok ok dann hatte ich noch nie ja der kann aber glaube ich ziemlich nervig auch sein wenn es an blöden stellen spawnt das ist so weil die wespen die kann man wenigstens austricksen wenn die schön in am hafen kommen ja voll voll wenn man die wespen sind nicht so schlimm wenn man grad gut irgendwo stehen kann da kann man nämlich einfach zweimal ausweichen und dann hat man ruh mhm ja irgendwas schau was alter ja schau ich bin bei 1200 da darf ich mir wieder was gönnen da habe ich jetzt sehr lange gespart oh ja komm es holt komm schon komm schon ja kommt kommt nur kommt nur ok das sind ein bisschen mehr als ich dachte aber ja ja nein alter ja nein alter hier geht die party ab die blitze die waren anfangs mal irgendwie schwach ich hab's eben mal gepasst und seitdem hier immer mal in so einem bedrängnis ist dann ja sind die wirklich äh ein todesurteil ja ja weil man sich überhaupt nicht gut bewegen kann ja schau hier zum beispiel hier ja dann muss ich mir jetzt was treffen lassen ich sehe es jetzt ist der gesprungen oh ja das war aber krass alter 1.600 1.600 also leute wenn ihr das spiel auch testen wollt es ist jetzt in beta immer noch und äh dann sehen wir uns beim nächsten video wieder haut rein und tschüss und